Können wir den Nation gleich? Ey, ich hab's nicht viel. Und wir haben den Kaiser. Ich glaub, es hat 30 mal getickt. Wie hat denn mein Koordin gekillt da? Who is that Pokemon? Hey Novel, wieso sind die Wetten blöd? Also das Wetttool ist an sich okay. Ich glaub auch, dass das sehr lustig ist. Aber du hast auf Twitch sehr viele formbare Charaktere. Du hast sehr viele junge Menschen. Aber auch viele Menschen, die in Altersklassen sind, wo sie eben noch sehr beeinflussbar sind. Und Glücksspiel ist eine sehr, sehr scary Sache. Außerdem, also das ist das Hauptargument. Ist einfach, dass es Begünstigung von Glücksspiel ist. Deswegen möchte ich's schon nicht machen. Und dann führt's tatsächlich zu relativ viel Frust bei Leuten. Habe ich ja auch schon gesehen, die da sehr wütend sind. Wenn sie ihre Punkte verlieren und so. Und dann, also natürlich für, ich sag mal mal, für 90% oder für 95% wäre der wahrscheinlich neutral bis positiv. Aber für 5% oder 10% ist es dann vielleicht nicht so gut. Und für eine Person ist es vielleicht komplett beschissen. Dementsprechend mach ich's lieber nicht. Warum ist denn der Baron momentan so schwach? Naja, das ist, also du hast halt einen Powercreep in League of Legends. Zum einen hängt das dran, dass du halt Runen und Items und Champions immer mehr Schaden machen. Während andere Sachen nicht gebufft werden oder angepasst werden. Zum anderen hängt das auch mit zusammen, dass neue Champion-Designs gepusht werden. Die einfach immer aufregend sein müssen und over the top und neue Mechaniken einführen und so weiter. Ich meine, Rell ist der normalste Champion, den es jetzt seit langer Zeit wahrscheinlich gab. Wirst du League anfangen in Season 11, wenn du es nie vorher gespielt hättest? Also persönlich glaube ich, Neuanfang in League ist richtig scheiße. Weil du hast 150 Champions, du hast so viel aufzuholen. Die Community ist auch, also du hast sehr viele verbitterte Leute, die dir da den Level-Prozess und so wahrscheinlich nicht besonders angenehm gestalten würden. Ich glaube ehrlich, das ist nicht so schön. Äh, was nehmen wir denn hier? Ich hätte Bock auf Brandmitte, muss ich sagen. Aber ich hätte auch Bock auf Cassiopeia-Wahl, weil wir die nie mehr spielen können, weil die sich nicht gut anfühlt gerade, finde ich. Wir sind 18 Rüstung-Träne-Cassiopeia gegen Yoni. Jeice. Let's go. Und wir haben Algorin auf Warwick. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit dem Meiser-Ade-Carry von den Gegnern gerechnet, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, wo der Olaf gerade ist, ungefähr. Ne, kann ich nicht richten. Ja, Pioa kann ein River sein, also ich weiß nicht, was er tut, Algorin. Keine Ahnung. Ich habe ja alles fertig. Du bist ja tot. Ja, man riecht nicht an der Mache. Wo ist denn der Wikinger-Algorin? Weißt du das? Der ist überall. Aber Großmutter, warum hast du so große Augen? Der ist sehr, sehr long. Der kannst doch wahrscheinlich riechen, dann ist es ein bisschen schneller laufen. Es kann sein, dass er resetten geht. Das ist eigentlich ganz cool, dass du das sehen kannst. Warum spielst du AP-Warwick mit Bami-Sinbar? Ne, ne, ich spiele keine AP. Wie, du spielst keinen AP-Warwick? Ich spiele keinen AP-Warwick. Ich spiele keinen AP-Warwick. Ich habe die Gangplank-Ultimative Fähigkeit, Olaf hat keinen Flash-Banduru. Mhm. Cool. Oh, der ist nicht ganz low genug, leider, mitlein. Ne, ich hatte Flash. Der recallt. Der hat auch geflasht, ne? Der läuft den ganzen Weg zu mir. Da ist er. Und der jetzt wieder vor? Doch, Ovid. Ja, 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 er kommt vor. Das ist broken, oder? Äh, gehst du in die Mitte dann für die UnaWave? Ja, ja, kann ich mach, kann ich mach. Also, die... Du hast gerade über die gesamte Map gechased mit dreimal, ne? Ja, die dive in mich vielleicht, ne? Kein Old, kein Flash. Der Middard, kein Flash. Ich meine, wenn du gegen die Fiora nicht mehr lanen kannst? Ich gewinn, glaube ich. Ich kann easy gegen die Lane, aber ich kann... Das ist mir eigentlich egal, wo ich bin. So, der in der Mitte. Ich gewinn beide Match-Ups, halt. Das ist der einfach aus. Ja, dann geht top-line. Ja, dann bleib ich noch kurz mit DinoWave. Ey, Jon hat Prime-Rubber, der kleine Pro-Bau. Alter, die sind so langweilig. Das ist so insane. Der Usu-Markin hat gut hoch. Hat die TP? Ne, ne, hat sie nicht ab, hat sie nicht ab. Ja, dann solltest du gehen. Doch, hat sie ab, warte. Ist ja Level-1 TP wie so ein Idiot. Baby-Dive-2, was das war. Jon kann top-line kommen, Leute. Aber er ist noch weit weg. Als er kommt. Okay, ist mit lan. Vielleicht konnte ich nicht mehr tanken, Lana. Die hat sich auf Level-1 irgendwie TP-Rubber-Level-2, was das war. Du laufmitte... Wir brauchen noch ein bisschen, ne? Ja, die Dings-Wave. Ich glaube, ich lese ihn einfach im Kiefgebiss. Waffe ist top, oder was? Ja. Ich bitte auf der Waffe-6. Dafür kann man auf jeden Fall mal sterben. Naja, lach du nur so schäbig, Junge. Lach du nur so schäbig. Gott, hast du eine schiese Lache, ne? Mann, ne. Ich kann ja nicht echt. Ah, alles Waffe, alles Waffe. Ich habe auch TP für oben. So, bitte. Ich kann... Du kannst wählen, du kannst wählen. Welche willst du? Mit oder top? Jawohl, doch, wir brauchen deine Nacht. Ich hab bald mein Sun���. Und ich freue mich schon. Wenn ihr da noch Fino treffen, könnten wir die unkönnen. Sag ich nicht auch. Ah, ne? Und da ich da auch los zum. Kann das bitte Törer sein? Ich hab da nicht drauf. Mach mal. Ich hab da nicht drauf. Ich hab da nicht drauf. Ich hab da nicht drauf. Ich hab ja noch. Olaf hat kein flash mehr, Junge, kein ult. Das gleiche ist man Seraphil und hinterher noch einflaschen kann. Kannst du den mit Tört, Kavan? Das sieht so weird aus. Ja, ich bin da hin. Naja. Olaf ist tot, ne? Olaf ist tot, ja. Der wird einen kriegen. Ich weiß nicht, ob ich den kriegen kann. Der ist super weak. Der hat keine Ult, keine Gleit. Mann! Mann, ich scherbe ihn nicht. Ich glaube, wo die Map kommt, der. Der Olaf, ich weiß nicht, wie viel cooldown ihr hattet. Also ich bin halt ultra-fett, ne? Das hat nicht gerade... Das ist ja mit der Bart so unten. Gewinnst du den Ringer? Ich würd gern fighten, ne? Ich weiß nicht, ob er können. Ich bin auch stark. Ult und 15 erst. Ah, hier wird's keine Ult mehr. Ja, ich weiß ja, ja. Wenn der irgendwie die Schale runterkriegt, dann... Ich bin ja auf den... Juni ist jetzt auch richtig stark. Und so gedanken haben wir nicht. Eine Menge Gold bekommen. Ah, ich glaub, ohne das... Fallen wir nicht. Was, ne? Ich hatte keine Ult. Ich weiß. Deswegen hab ich auch ihn schon, ne? Ich hab drei Sekunden auf meine Holz. Oh mein Gott! Dieses Timing auf der Olaf Ult. Wow! Kein Flash-Aufführer. Oh, Lordi Lord. Oh mein Gott. Der Juni hat sich die Hände gebrochen. Oh, shit. Der kann... Oh! Der kann... Oh! Boah, ist der, denkt jemand heiß. Holy shit, oder gut? Können wir den hier nehmen? Können wir den Nash'n gleich? Ey, ich hab die P. Ja, können wir. Also ich war extrem viel damit. Ja, der Juni ist nicht da und der ist der einzige von denen. Und wir haben den Kaiser. Was? 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 Wie hat denn Maikudin gekillt da? Ich kann zum Nash'n gehen. Ich glaub, wenn der Olaf rankommt, wir killen ihn einfach zu 5, oder? Ich hab gedacht, dass das der tut. Ähm. Was? Okay. Das ist Nummer 1. Muss ich da irgendwie so ein bisschen live sehen, wenns geht. 10 auf meinen W. Ich glaub, wir warten bis der 1. Wir sollten lieber auf den Olaf gehen. Ja. Footshot, footshot. Footshot. Können wir den killen? Da kommt gleich zurück. Da kommt gleich zurück. Da kommt gleich zurück. Nee, in der Richtung dutschen sollen. Ich hätte hinterher mich ulten müssen, ne? Die hat Wischi noch in der Bewegung zu mir zu. Das ist Batsch'n broken. Kaiser, ja. Wenn du die gut spielen kannst, ist die richtig nasty zur Zeit. Ist du bereit? Ich glaub, ich ulter einfach so rein. What the f- Ohoho, what? Wat ne Ulti, mate. Yon. Ich hoffe, wir verlieren das trotzdem, ne? Vielleicht komm. Ja. Ähm. Meine Ulf war gecancelt mit der Ulf von Yon. Das war nicht so schön. Bamm. Gott, hält der sich trotzdem viel. Aber wenn ich das Q da nicht getroffen hätte auf seinen Dash, wäre ich einfach gestorben, ne? Krass, die Champion. Manchmal ist der krass. Manchmal so die Wuse. Weiß ich nie einzuschätzen, Yon. Ich finde, das kommt da so ein bisschen auf die Team-Comp an. Ich bin da. Ich bin da. Wer hat's denn her? Ah. Er steht ziemlich gut, ja. Was? Ich will noch zu dem Puck kommen, wo ich mit nem Q jemanden runheten kann. Was? Dafür brauchst du, glaub ich, einen. Wenn der Infernal-Soul nachher hat, glaub das ein Q vielleicht wundern kann. Ich fände eigentlich schon den Spell cool, der dich einmal so vergiftet und die ganze Zeit Schaden macht. Die ganze Zeit runtertickt. Du musst in die Base, um dort loszuwerden. Das ist kein Pokémon, Burki. Das klingt echt supercool. Das klingt, als müsste es nur old sein, oder? Ja. So. Heal. Hab ich nicht. Hab ich. Mal raus. Mal raus. Ja, okay. Na dann. Burki, nirgst du dich. Wie sieht's aus? Alter, mein Dot macht so viel Schaden. Oh. Da ist ein Teep hinter dir. Wait, my Q hat ein Execute Damage? Mach das? Panda, Panda machen wir nicht. Ja. Hör mal, warum wolltest du mich denn Meiser? Lass mich doch probieren. Scheiße. Die waren zu viert unten. Der macht aber nicht Wölfe, der Olaf, oder? Ich kann ja checken. Die können schon im Time-Barry sein, ne? Ja. Also da sieht ein bisschen nach Turbo-Int aus. Okay. Oh, ich dachte, ihr macht die Schaden aufhören. Ich glaub, ihr solltet den Disengagement. Ich glaub, ihr solltet den Disengagement. Ich hab ein 15.0. Panda und seine Schaden. Ich hoffe, zwei Leute rennen. Ich hoffe, zwei Leute rennen. Ich hoffe, wir werden aber auf jeden Fall für Nash jetzt dann gleich gehen. Ah, ich komme auch. Wir holen den 15 ab. Wenn ihr das stallt. What the? Okay. Opa, hier. Kann ich noch gar nicht? Kann ich den Base clean? Ah, ne, das schon. Ja. Hast du irgendwie nicht die Ult, die ich gesucht hab? Hast du nicht auch kein W mehr, bro? Wollen wir einfach enden, oder wollen wir Nash machen? Ich mach mal Nash jetzt kurz, ja. Ich glaub, enden ist ein ganz schlechtes Play. Ich würd so interessieren, wie viel Damage mein Poison jetzt machen würde. Ah, ich glaub, ich hab's nicht bevor ich runter. Das ist viel, holy shit, ey. Du kriegst heute zu Ende hin, ja, ne? Ne, baut er durch. Aber no way. Probier uns, oder? Ich bin auch direkt hinter dir. Okay. Weil ich kann mich reinwerfen. Ihr macht das schon. Oh mein Gott, ich mach ja gar keinen. Ja, okay. Alter, was? Später. Set man go? Ja. Ja. Die Fiora konnte nichts machen. Kann ich bitte Sonja abschneiden? Okay. 2 auf W, 12 W. Oh, was? Nice. Hier davor. Oh, nice. Schau, bist du? 11. Shit, man. 33. Ja! Klasse! Ich hab jetzt zum Beispiel Plus 28 bekommen. Du hättest viel mehr bekommen als ihr. Warte, ich krieg Plus 11. Kann ich mal Platz tauschen irgendwie? I don't get it. Platz tauschen. Wird sich wirklich komplett im Ende, Mann. Wie viel AP man bekommt. Also der Wind muss mehr als 16 AP geben. Do, nee. Die elektronische mimagen.